Australian Shepherd, die vielseitige Rasse mit Intelligenz und Energie, alles, was Sie über diese faszinierenden Hunde wissen müssen. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. In diesem Video dreht sich alles um den Australian Shepherd, eine Hunderasse, die mit ihrer Intelligenz, ihrem Arbeitswillen und ihrem vielseitigen Charakter viele Menschen beeindruckt hat. Erfahren Sie alles Wissenswerte über diese faszinierenden Hunde, von ihrer Herkunft und ihren charakteristischen Merkmalen bis hin zur Pflege, Erziehung und Gesundheit der Australian Shepherds. Der Australian Shepherd, oft auch liebevoll Aussie genannt, ist eine bemerkenswerte Hunderasse, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten hat. In diesem Video werden wir über die Geschichte und Herkunft des Australian Shepherds sprechen, seine charakteristischen Merkmale und seine beeindruckenden Fähigkeiten genauer betrachten. Zudem geben wir Ihnen praktische Tipps zur Pflege, Erziehung und Gesundheit dieser vielseitigen Rasse. Herkunft und Geschichte entgegen seinem Namen hat der Australian Shepherd seine Wurzeln nicht in Australien, sondern wurde in den USA gezüchtet. Ursprünglich waren Australian Shepherds Arbeitshunde für Viehzüchter und Hirten, aber heute sind sie auch beliebte Begleit- und Familienhunde. Sie zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit, Ausdauer und ihren starken Arbeitswillen aus. Eigenschaften und Temperament Australian Shepherds sind mittelgroße Hunde mit einem athletischen Körperbau. Sie sind bekannt für ihre hohe Intelligenz, ihre Energie und ihre Arbeitsfreude. Diese Rasse ist äußerst lernfähig und liebt es, Aufgaben zu erledigen. Australian Shepherds sind aktive Hunde, die viel Bewegung und mentale Stimulation benötigen, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Pflege und Erziehung Sie können auch sie an bestimmten gesundheitlichen Problemen leiden. Zu den häufigen Gesundheitsproblemen bei Australian Shepherds gehören Hüftesplasie, Augenprobleme und genetische Erkrankungen. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sind wichtig, um ihre Gesundheit zu erhalten. Zusammenfassung Der Australian Shepherd ist eine faszinierende Hunderasse, die mit ihrer Intelligenz, Energie und Vielseitigkeit begeistert. Mit der richtigen Pflege, Erziehung und ausreichend Beschäftigung können Australian Shepherds loyale und treue Begleiter für aktive Menschen und Familien sein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über den Australian Shepherd zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal für weitere informative Inhalte und teilen Sie dieses Video mit anderen Hundeliebhabern. Bis zum nächsten Mal!